Volle Konzentration gefordert. Sturm Graz gastiert in der dritten Runde des ÖFB-Cups bei Austria Lustenau. Ein Gegner, der für Sturm-Coach Darko Milanic nicht zu unterschätzen ist. Man spielt Mannschaft hundertprozentig. Das bedeutet, dass wir spielen wirklich auf unserem Top-Niveau. Was ist in diesem Moment möglich? Dann sind wir stark. Sofort. Man glaubt jemand, dass wir auch lockere Spiele kennen. Dann haben wir Schwierigkeiten. Das hat Sturm auch beim 0-2 gegen die Admirer zu spüren bekommen. In Lustenau müssen sich die Grazer rehabilitieren. Sofort. 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 Sofort.